Hallo zusammen. Nachdem ich bereits Registrierungen für das Genos und für das PSR S970 gemacht hatte, zu dem Notenbuch 100 Hits in C-Dur Band 2, habe ich diese Registrierungen jetzt auch für das SX900 fertig. Ich habe mir aus dem Notenbuch 100 Hits in C-Dur Band 2 die nach meiner Meinung nach 50 schönsten Titel ausgesucht, registriert und zu jedem Lied vier Sound-Einstellungen noch hinterlegt. Wenn euch diese gefallen, könnt ihr die bei meinem Webshop gegen einen kleinen Unkostenbeitrag ordern. Hier einige Klangbeispiele. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.